. 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 Ich schwör's dir, das wird so ein geiler Tag. Endlich campen wir mal an der Fitness zusammen. Ja, Mann. Es wird so geil, Mann. Ich schwör's dir, das wird ein richtiges Abenteuer. . . . . . . . . . Ey, stopp mal. Das sieht doch gut aus. . . . . . . . Hilal, ja? Wie hast du das hinbekommen? Hilf mir mal! Junge, ist doch voll einfach. Einfach ineinander stecken. Hier, 1 plus 1. Was für 1 plus 1? Was hat jetzt Mathe mit Zeltaufbauung zu tun? Junge, steig einfach ineinander. So, Junge. Einfach ineinander. Junge, sag doch gleich, dass es so einfach ist. Anstatt mir Matheaufgaben zu stellen. Perfekt. Die Basis steht schon mal. Jetzt fehlt nur noch das Schnickschnack. Komm! Halt! Bring mal bitte einen Stein. Der ist gut. Hier, Bruder, hier ist dein Stein. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke, gib mal. Lack. Was ist das, Bruder? Was ist das, Bruder? Ich habe gesagt, ein Stein und keine Kaninchenkacke. Was soll ich damit anfangen? Ich muss hämmern, ich muss diese Nagel hämmern in den Boden rein. Bring mir mal einen großen Stein, einen guten großen Stein. Ja, sag doch gleich. Hallah. Hier, Bruder, ein fetter Stein. Oha! Was soll ich damit anfangen? Lass mal ja, wallah. Ich suche selber einen Stein. Häh? Endlich fertig. Ich habe voll Hunger bekommen. Sollen wir was essen? Ja, gerne. Wir haben doch genug Essen dabei. Wow, wallah again. Wir haben ja richtig viel dabei. Ja, normal, Bruder. Guck mal, diese Fleisch. Diese grillen wir auch gleich noch. Hey, Hände hoch! Los, Hände hoch! Los, Hände hoch! Oh, shit, Bro! Was geht denn jetzt ab? Ich glaube, wir werden gerade mitten in der Wildnis überfallen. Ey, ey, ey! Vorsichtig! Ohohohohoho. Ne, schießen, bitte! Ohohohohoho! Ne, schießen, bitte! Ohohohoho! Ohohoho! Ja, Wallah, Mann. Ich habe auch übelst Hunger. Weißt du, was das heißt, Bruder? Wir müssen selber Nahrung besorgen. Komm, komm, lass suchen. Such du mal hier weiter. Ich such da hinten. Nichts. Nichts. Wir werden hier einfach verhungern. Ich? Was ist das denn? So ein Tier sehe ich erst mal in meinem Leben. Kann man sowas essen? Ich glaube nicht. Aber warte, ich frage mal Bilal. Schon wieder nichts. Bilal! Bilal, ey, Bilal! Bilal, Bilal! Schau mal, was ich gefunden habe. Oh, Junge, oh Allah, was ist das? Hab mal keine Angst. Die ist harmlos. Ich glaube, das ist eine Eidechse mit Fahrradhelm. Meinst du, man kann das essen? Nein, Mann. Da ist mehr Schale als Fleisch. Pack das mal weg. Da will ich das essen. Stimmt. Du hast recht. Ich packe das weg. Dann suchen wir halt weiter. Hier. Habt noch ein schönes Leben. Kann man was essen? Was ist das denn? Oh Allah, Stange! Oh Allah, Stange! Talha! Oh Allah, Stange! Talha, komm her! Eine Cobra! Oh Allah, Cobra! Talha, komm her! Oh Allah, Stange! Talha, komm her! Was ist denn da los? Oh Allah, Cobra! Bilal! Was ist los? Was ist los? Oh Allah, Junge! Ah, Junge, du musst die Schlange schlagen! Junge, bleib doch mal still! Ah, Junge! Gib die Schlange! Gib her! Geh zur Seite! Hast du gesehen? Der hat mich fast gebissen. Bruder, hätte sie dich einmal gebissen, du würdest so in den Himmel fliegen. Hier ist die Wildnis und nicht Disneyland. Okay? Wir müssen aufpassen. Hörst du den Fluss? Komm! Lass Richtung Fluss. Hier ist nichts zu finden. Wir wollen euch der Pura! Wir sind da. Entspann dich. Richtig langsam, ja? Guck mal, wie ich jetzt einen miesen Fisch hole, ja? Ich hoffe! Hey, wollen wir eine Angel bauen oder so? Junge, was ist die Angel? Ich bin Araber, guck mir zu! Hey! Ich bin gefasst! Du hast was, hast du gesehen? Bro, bist du dir jetzt sicher, dass du so ein bisschen mich kriegen kannst? Junge, sei leise und guck zu! Ich hab übel Hunger! Komm schon! Komm mal da, komm mal da! Oh! Oh, oh, hol raus! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn! Oh Allah, ich hab ihn! Ich hab ihn! Bruder, du hast einfach einen Fisch mit einem Schott gefangen! Komm, gib her! Los, los! Komm! Lass ihn grillen gehen! Komm! Bruder, ich schwör's dir, ich hab so einen Hunger! Lass ihn sofort grillen! Ein sachtiger Fisch! Denkst du, man kann daraus Fischstäbchen machen? Junge, was ist der Fischstäbchen? Okay, Alter, ich dachte doch nur! Wir werden doch nicht verhungern! Lass ein bisschen ausruhen, wenn der Fisch noch bratet! Ja, ja, das dauert eh eine Weile! Ruhe dich aus! Was war das? Hast du das auch gehört? Wann, wo kam das? Was ist das? Das hört sich sehr gefährlich an! Es wird immer lauter! Was sollen wir machen? Es wird immer lauter und lauter! Was ist das denn? Wallah, ein Bär! Das ist ein Bär! Weißt du, wie gefährlich Bäre sind? Dieser Fischgeruch hat ihn hergelockt! Ja! Wir müssen schnell ins Zelt! Geh ins Zelt rein! Geh! Beige dich! Junge, lecker! Junge, lecker! Shhh, shh, shh, shh! Er ist hier. Er frisst gerade den Fisch. Er ist abgelenkt, er ist den Fisch. Ja. Unsere Chance, lass schnell abhauen. Ja, okay. Geh du zuerst oder geh, geh. Ja, geh du doch zuerst. Nein, geh du oder geh du, vertrau mir, geh. Komm, klick nach Lug, wenn du was gehst. Ja, okay. Ich kann doch nur stehen. Ja, okay. Hey, er verbeult uns, renn! Renn mit deinem Leben! Renn mit deinem Leben! Renn! 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 Mach' los! Mach' los! Geh aus hell, wir wollen! Hilfe! Hilfe! Hau auf! Bitte, mich! Hilfe! 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 Kinder, Familie! Wollah, man kann über alles reden! Wow! Er hat übelst geschrien! Milal? Milal, wo bist du? Hörst du mich? Milal? Milal, was bist du? Milal? Hörst du mich? Milal? Milal? Bruder? Du siehst gar nicht gesund aus. Alles gut bei dir? Bruder, lebst du noch eigentlich? Wenn ja, antworte mit ja. Nein! Scheiße! Milala zermischt! Nein! Wir wollten doch nur kämpfen und eine schöne Zeit verbringen! Wo bist du, du Bär? Hä? Komm her! Eins gegen eins! Geh ein, Mann! Wo bist du? Komm her! Denkst du, ich hab Angst vor dir, oder was? Komm her! Komm her! Versteck dich nicht! Komm her! Hä? Da bist du, ja? Komm her! Ein, was du mit meinem besten Freund gemacht hast! Friss mich auf! Komm! Komm her! Eins gegen eins! Ja, Mann! Komm her! Komm her! Ich hab das erste Mal gesehen, das Schild wird kattlern! Ey, das stinkt da! Komm her! Ich hab das mal gesehen! Komm her! Mein Mann, geht wo du erst? Okay, ich hab das mal gesehen! Weck! Komm her! Woh! Hk- Dang, woa! Hk- Jvar, Mario! Tyb テ Tag, Tim!!